Die Expedition wird wieder aufgenommen. Als Mina am nächsten Tag aus dem Schlafzimmer der Kinder herunterkam, war Großvater schon lange wach und er packte. Er hatte zwei Doppelschlafsäcke zusammengerollt und sie am Rucksack festgezurrt und unter dem Rucksack hatte er die Isomatten angebunden. Gunilla stand daneben und war besorgt. Es gefällt mir nicht, dass ihr auf diese Wanderung geht, sagte sie, und ich mache mir Sorgen, dass da oben auf dem Berg das Handy nicht funktioniert, stell dir vor, es passiert was und ihr könnt nicht anrufen und ihr wollt drei Tage wegbleiben. Es passiert nichts, glaube ich, sagte Großvater. Glaubst du, ja, aber wenn doch. Sie frühstückten und es war ziemlich still am Tisch. Als sie fertig waren, sollte draußen auf der Treppe eine Konferenz gehalten werden. Konferenz bedeutete, dass Großvater über alles berichtete, was geschehen würde und was man tun wollte und dann sollten die Kinder fragen und man würde gemeinsam beschließen. Misha lag auf dem Boden, den Kopf platt an die Erde gedrückt und die Ohren steil aufgerichtet und man konnte sehen, dass sie mächtig gespannt war. Heute, sagte Großvater, beginnen wir eine Expedition, die drei Tage dauern wird, glaube ich. Wir können sie in zwei machen, aber ich glaube, das wird zu knapp. Wir werden den Drei-Höhlen-Berg bezwingen und wir werden es gemeinsam tun. Was bedeutet bezwingen? fragte Markus. Auf die Spitze hochklettern, sagte Ia. Und wer soll mit? fragte Markus und sah beunruhigt aus. Großvater blickte sich um, holte tief Luft, dann sagte er, Ja, zuallererst Mina, denn eigentlich machen wir diese ganze Expedition ihretwegen. Und dann Moa, die es hoffentlich schafft, aber wir machen ja Pausen und ruhen uns aus. Also wird es wohl gut gehen. Und dann Markus und Ia. Ich habe viel über die Hunde nachgedacht, aber ich glaube, wir nehmen nur Misha mit. Elsa ist so klein, sie bleibt am besten hier zu Hause und beschützt Skrutten und Gunilla. Alle nickten ernst. Nein, Elsas kleine Pfoten würden noch keine Bergbesteigung aushalten. Alle müssen Stiefel tragen, sagte Großvater. Und alle müssen satt sein, wenn wir aufbrechen und keiner darf Angst haben. Sie sahen ihn alle verwundert an. Warum sollten wir Angst haben? fragte Ia. Doch Großvater antwortete nicht. Und auf einmal spürte Mina etwas in ihrem Inneren, das sagte, dass es vielleicht nicht so einfach werden würde. Vielleicht gab es Grund, doch ein ganz, ganz kleines bisschen Angst zu haben. Oder warum stand Misha sonst auf der Terrasse und spähte so unruhig zum Berg hinauf? Hunde begriffen irgendwie viel mehr als Menschen. Hunde konnten Dinge ahnen und durch Wald und Berg hindurch sehen. Und vielleicht in die Zukunft sehen. Vielleicht ahnte Misha etwas, sagte es aber nicht. Und es fuhr wie ein Zucken durch Minas Bauch. Nicht so, dass sie Angst hatte. Eher so, als stände sie auf einem hohen Dach und schaute hinunter und spürte, dass es mächtig hoch war. Genauso zuckte es in ihrem Bauch. Und dann brachen sie auf. Gunilla, Skrutten und Elsa standen in der Tür und winkten. Die endgültige Expedition zum Dreihöhlenberg hatte begonnen. Sie erreichten das Basislager in der ersten Höhle gegen 5 Uhr am Nachmittag und alles war gut gegangen. Man hatte fast jede halbe Stunde Pause gemacht, weil die Kinder es nicht richtig lernten, ihr kleines und ihr großes Geschäft zur gleichen Zeit zu machen. Sie machten fast jede Stunde Pinkelpause und schließlich sagte Großvater, warum könnt ihr nicht von Misha lernen, die nur ab und zu stehen bleibt und ein bisschen spritzt. Er sagte das fast ein wenig sauer. Misha hat keine Sachen an, sagte Markus. Das Basislager sah noch genauso aus, wie sie es vor fünf Tagen verlassen hatten. Sie waren gespannt, ob der Proviant noch da war. Und Markus lief die letzten 100 Meter, um erster zu sein. Er tauchte in die Höhle ein und kam mit einem Daim in der Hand wieder raus. Der Proviant ist noch da, rief er und stopfte fast gleichzeitig das Daim in den Mund, sodass sie ihn kaum verstehen konnten. Die Höhle lag nur 100 Meter bergaufwärts, fast noch am Fuß des Bergs. Großvater geriet auf dem letzten Stück ganz aus der Puste, sein Rucksack war ja ziemlich schwer, doch schließlich waren sie alle in der Höhle versammelt. Der Boden war leer und sauber, nur ein wenig altes Laub und ein paar Zweige, und auf dem Felsabsatz an der hinteren Wand waren alle Vorräte aufgereiht. Niemand hatte sie angerührt. Sammeln, sagte Großvater, nahm den Rucksack ab und setzte sich auf den Boden. Alle Kinder und Misha setzten sich in einer Reihe vor ihm hin. Zuerst Mannschaftskontrolle, sagte er. Wir fangen rechts an und ihr sollt erzählen, wie ihr euch fühlt und ob ihr verletzt seid. Bitte sehr. Ganz rechts saß Moa. Moa will Eis haben, sagte sie. Gut, sagte Großvater, also Moa ist wie immer. Und Markus? Ja, ich denke gerade, als wir gestern geangelt haben, fand ich, dass mein Barsch kleiner war als Ias. Aber ich glaube, ich habe mich geirrt, weil meiner eigentlich ein Hecht war und Hechte sind immer größer als Markus, sagte Ia. Du sollst sagen, wie es dir geht. Wenn ich an die Spitze komme von dem Berg da, dann fliege ich nach Hause, denn wenn ich die Arme so ausbreite, also so, dann... Markus, man kann so nicht fliegen. Aber wenn man könnte, dann würde ich. Man kriegt nicht so müde Beine. Wenn man einen Engel findet und man nimmt ihn als Moped, dann... Ein Krach zwischen Ia und Markus bahnte sich an. Großvater hob die Arme und sagte. Okay, wir machen folgendes. Wer Blasen an den Füßen hat, hebt die Hand. Niemand hob die Hand. Ist jemand müde? Alle hoben die Hand, außer Misha, die sich platt auf den Höhlenboden gelegt hatte und zu schlafen schien. Ist jemand hungrig? Ja, brüllten alle, sodass Misha wach wurde und sich aufrecht hinsetzte. Gut, sagte Großvater, dann bereiten wir jetzt die Übernachtung vor. Er begann, seinen Rucksack auszupacken und Mina, die am wenigsten müde war, half ihm dabei. Sie rollten die Isomatten aus und darauf bereiteten sie die Doppelschlafsäcke aus, die beide Platz für zwei Erwachsene hatten. Jetzt waren sie zwar sechs, wenn man Misha mitrechnete, aber Moa war ja ziemlich klein und es würde schon gehen. Doch bevor sie in die Schlafsäcke krochen, mussten sie essen. Es wurde ein fantastisches Fest. Großvater teilte alles in fünf gleiche Teile und als erstes fingen sie an zu tauschen. Die Wurst mit Ketchup konnte man zum Beispiel gegen Daim tauschen. Oder jemand, der keine Coca-Cola mochte, tauschte gegen Fanta und tauschte Himbeeren gegen Erdbeeren und Lollis gegen Keksschokolade. So ging es ungefähr eine halbe Stunde, bis alle zufrieden waren. Außer Misha, die mit ihrem Trockenfutter dasaß und sauer in ihren Napf guckte, bis Großvater eine magische Geste vollführte und die Hand in die Tasche steckte und eine Handvoll Fleischbällchen hervorzog. Da bekam Misha sofort bessere Laune und alle fingen an zu essen. Denkt daran, sagte Großvater, daß ihr Misha nie etwas vom Tisch geben dürft, wenn sie bettelt. Aber ich frage euch, ist das hier ein Tisch? Nein, riefen alle im Chor. Na dann, sagte Großvater und schob die andere Hand in die Tasche und angelte neue Fleischbällchen für Misha hervor. Wir brauchen es ja nicht unbedingt, Gunilla zu erzählen, sagte Großvater. Denn dann sagt sie, daß ich Misha verwöhne. Werdet ihr petzen? Nein, riefen alle im Chor. Gut, sagte Großvater, dann sind wir solidarisch. Was ist das? wollte Markus wissen. Das ist, wenn man Gunilla nichts erzählt, sagte Großvater. Und danach konnten sie alle weiter essen. Es wurde schon um sieben Uhr dunkel und sie krochen in die Schlafsäcke. In dem einen lagen Großvater und Markus, in dem anderen Ia, Mina und Moa. Misha wollte zuerst vor dem Schlafsack liegen, aber nach einer Weile wurde Moa ein bisschen traurig und fing an zu weinen. Da kroch Misha zu ihr hin und Moa bohrte den Kopf in Mishas Pelz und hörte auf zu weinen. Es wurde sehr schnell dunkel in der Höhle und Großvater sagte, Morgen haben wir einen harten Tag vor uns. Wir müssen ausgeschlafen sein und wir werden den Berg bezwingen. Und jetzt sprechen wir das Abendgebet und singen. Und dann sang Großvater noch ein Lied, das erkannte und das ging so. Himmel und Erd mögen brennen, Höhen und Berge vergehen, Doch wer da glaubt, wird erkennen, die Versprechen bleiben bestehen. Als er geendet hatte, war es in der Höhle vollkommen dunkel. Nur schwach, ganz schwach, konnte man Markus' Schnarchen hören. Und nach einer kleinen, kleinen Weile stimmte Misha in das Schnarchen ein. Aber auf ihre Weise. Pui, pui, pui. Mina schlief als letzte von allen ein. Sie hatte Sehnsucht nach ihrer Mama. Als Mina aufwachte, stand Misha am Eingang der Höhle und blickte übers Tal. Es regnete leicht, Nieselregen und die Wolken hingen so tief, dass man gerade eben noch die Spitzen der nächsten Bäume sehen konnte. Großvater kroch mit Mühe aus seinem Schlafsack. Kein tolles Wetter, sagte Markus aus der Tiefe des Schlafsacks. Wollen wir wirklich heute den Berg besteigen? Unbedingt, sagte Ia. Unbedingt, sagte Moa. Alle schienen in bester Stimmung zu sein. Sie frühstückten unter Schweigen. Großvater angelte Regenzeug aus seinem Rucksack. Gunilla hatte vermutet, dass es regnen würde. Und Regenzeug herausgesucht. Und dafür waren alle dankbar. Um zehn Uhr brachen sie auf. Der Pfad, der zum Gipfel des Berges hinaufführte, wurde jetzt steiler und war ziemlich schmal. Sie gingen langsam. Zuerst Misha mit Mina, dann die anderen und als letzter Großvater. Die Fichten wurden jetzt immer kleiner. Großvater sagte, dass sie jetzt bald an die Baumkränze kämen. Da war es so hoch, dass keine Bäume mehr wuchsen. Es wurde so kalt, dass nur noch Moos und kleine Blumen wachsen konnten. Nach einer Weile hörte der Regen auf, aber der Nebel hing weiterhin tief. Doch es war kein Nebel. Sie waren jetzt so hoch oben, dass sie in einer Wolke gingen. Sie wanderten in einer Wolke. Es war wie von weißer Milch umgeben zu sein. Es war ein schreckliches und gleichzeitig feierliches Gefühl. Alle wussten, dass sie jetzt ziemlich hoch oben waren. Aber man konnte nicht am Berghang nach unten schauen. Wenn wir über die Wolke kommen, sagte Markus, können wir dann Engel sehen? Warten wir ab, sagte Großvater. Bald wissen wir es. Kann man sich dann einen Engel leihen? Warum willst du das? fragte Großvater keuchend. Ja, dann könnte man den Engel als Moped nehmen und sich auf seinen Rücken setzen und er flattert mit einem runter und dann ist es nicht so anstrengend, sagte Markus. Hör auf, von Engel zu quatschen, Markus, sagte ihr. Es gibt keine Engel, jedenfalls nicht hier. Du bist bloß faul und mit dir will sowieso kein Engel fliegen. Ich glaube, ich kann einen Engel sehen, sagte Markus. Beinahe jedenfalls. Kannst du, sagte ihr. Aber da meinte Großvater, dass sie jetzt aufhören sollten, sich zu zanken, denn es war auch schon so anstrengend genug. Und da, plötzlich, kamen sie aus der Wolke heraus. Sie kamen oberhalb der Wolke heraus und sahen den Drei-Höhlen-Berg ganz klar und der Gipfel war jetzt sehr nah. Unter ihnen lag die Wolke wie ein weißes Meer. Ja, sie waren wirklich durch die Wolke gegangen und oberhalb davon herausgekommen. Aber es schien keine Sonne. Über ihnen waren wieder Wolken, doch durch die niedrigste Wolke waren sie hindurchgegangen. Der Gipfel lag dreihundert Meter entfernt. Und ein Stück unterhalb der Spitze des Berges konnten sie klar und deutlich die beiden Höhlen erkennen. Es war, als ob zwei Augen sie ansäen. Es war beinahe zum Fürchten. Sollen wir da hin? fragte Mina. Genau da hin, erwiderte Großvater. Und wenn wir da sind, dann verstehst du, warum du nie mehr im Leben vor dem grünen Krokodilangst haben brauchst. Weiß ich es dann? sagte Mina. Warum weiß ich es? Darum, sagte Großvater. Und dann machte er sich auf das letzte Wegstück bis zum Gipfel. Vorher war Großvater als Letzter gegangen. Das musste er tun als Ältester, hatte er gesagt, damit keines der Kinder zurückblieb. Aber jetzt ging er vorne weg und es hatte den Anschein, als hätte er es plötzlich besonders eilig. Er hüpfte fast bis zu der letzten steilen Felswand. Der Rucksack war groß und schwer und man konnte Großvater von hinten kaum sehen, so groß war der Rucksack. Und so kletterte er das letzte Stück zu den beiden Höhlen hinauf. Die Wolke, durch die sie aufgestiegen waren, lag immer noch unter ihren Füßen und die Wolke über ihnen war auch noch da. Doch dazwischen konnten sie vollkommen klar die Spitze des Drei-Höhlen-Bergs sehen. Und es war ganz still. Es regnete nicht mehr. Großvater kletterte bergauf, sehr schnell, als wäre er ungeduldig. Zu ihren Füßen lag die Wolke wie ein großes Milchmeer und vor ihnen war der Gipfel des Bergs mit den beiden Höhlen, die wie zwei Augen auf sie herabstarrten. Und genau da, als Großvater nur noch ein paar Meter vom Höhleneingang entfernt war, geschah das Furchtbare. Vielleicht waren die Steine schlüpfrig geworden vom Regen oder Großvater hatte es zu eilig gehabt, zur Höhle zu gelangen. Jedenfalls rutschte plötzlich sein Fuß ab, er schwankte, die Kinder sahen, wie er taumelte und wild mit den Armen durch die Luft ruderte, um das Gleichgewicht wieder zu gewinnen und dann fiel er. Er kullerte den steilen Abhang hinunter, im Fallen riss er Steine mit, es krachte unschön in der Stille und dann landete er mit einem dumpfen Plumps in einer Felsspalte. Sie hörten, wie er ein bisschen stöhnte und einen Augenblick glaubten die Kinder, dass er zu Tode gestürzt wäre. Doch dann sahen sie, wie er sich wand, sein Gesicht war verzerrt, als täte ihm etwas wahnsinnig weh und dann hörten sie, dass er etwas sagte. Alter Trottel, sagte er wie zu sich selbst, jetzt hast du dir was Schönes eingebrockt, du Supertrottel. Und sie wussten, dass eine Katastrophe passiert war. Markus wagte sich als Erster zu ihm hin. Großvater lag ganz still auf der Erde, den Rucksack hatte er noch umgeschnallt und er sah mit einem etwas komischen Lächeln zu Markus auf, als hätte er starke Schmerzen, als schämte er sich aber auch ein bisschen und möchte sich am liebsten entschuldigen. Wie geht's? fragte Markus. Großvater krummelte etwas und versuchte, sich von seinem Rucksack zu befreien, aber irgendetwas tat ihm anscheinend furchtbar weh und er ließ es bleiben. Ich glaube, sagte er, ich habe mir das Bein gebrochen, ja, bestimmt, ich glaube, ich habe mir tatsächlich das Bein gebrochen. Sollen wir wieder nach Hause gehen? sagte Markus. Großvater versuchte zu lachen, aber es hörte sich so komisch an, überhaupt nicht wie das gewöhnliche, ruhige und ziemlich nette Lachen, das er sonst hatte. Das kann ich wohl nicht, sagte er. Ich wollte, ich könnte es. Was machen wir denn jetzt? fragte Mina. Und ihr war anzumerken, dass sie begriffen hatte, wie schlimm es jetzt um sie alle stand und dass etwas sehr, sehr Schlimmes geschehen war, denn ihre Stimme bebte, als sie diese Frage stellte. Und da, genau da, fing es an zu regnen. Es war nicht der leichte Regen von vorher, es war ein schwerer, richtig unangenehmer Regen und plötzlich sahen sie, dass es nicht nur Regen war, es war Schneeregen. Regen mit Schnee vermischt, kalt und ekelhaft. Und auf einmal hatten sie alle große Angst. Es war, als hätte Großvater keine Antworten mehr auf all ihre Fragen. Er lag nur da, auf der Erde, mit verzerrtem Gesicht, als hätte er starke Schmerzen und versuchte, den Rucksack abzustreifen. »Opa«, sagte Moa und brach in Tränen aus. »Was sollten Sie tun?« Großvater hatte endlich den schweren Rucksack abgeschnallt, lag da, auf der Erde, keuchte schwer und schaute zur Höhle hinauf, die er nur um wenige Meter verfehlt hatte. Der Schneeregen fiel immer dichter, sie fühlten sich kalt und elend, sie waren vom Basislager eins in der ersten Höhle fünf Stunden unterwegs gewesen, und Großvater hatte sich das Bein gebrochen. Was sollten Sie bloß tun? »Wir müssen da hinauf«, sagte Großvater, »wir müssen einander helfen, sonst erfrieren wir, wenn wir nicht in der Höhle Schutz finden.« »Du kannst aber nicht gehen«, sagte Markus und weinte verzweifelt. »Wie sollen, wie können wir?« Großvater hörte auf zu stöhnen und sah ihn an. »Markus«, sagte er, »stell dir vor, man könnte mit dem Rad an einer Tanne hinauffahren. Kannst du dir das vorstellen?« Markus schluchzte nur. »Stell es dir vor«, sagte Großvater, »stell dir vor, man kann eine Tanne hinauffahren.« »Ja«, »dann schafft man es auch da hinauf. Ich kann nicht mit dem Rad fahren und gehen auch nicht, aber ich kann kriechen. Okay«, »okay«, sagte Markus und hörte auf zu schluchzen. »Gut«, sagte Großvater, »wenn du den Rucksack nimmst, dann helfen Mina und ihr, mir zu kriechen.« Und so machten sie sich an den Aufstieg. Hinterher konnten sie sich fast nicht mehr daran erinnern, wie sie es geschafft hatten. Es musste fast eine Stunde gedauert haben, die 25 Meter bis zur Höhle hinaufzukommen. Ihr und Mina schleppten Großvater, er ließ die eine Seite schleifen und man sah ihm an, dass das gebrochene Bein schrecklich wehtat. Er zog es gewissermaßen hinter sich her und murmelte die ganze Zeit vor sich hin, was für ein Idiot er gewesen sei und warum hatte er die Kinder da hineinziehen müssen. Das hatte er jetzt davon. Es war sehr nass. Als letzter kam Markus, der den Rucksack den steilen Felspfad hinaufschleppte, Dezimeter um Dezimeter. »Kämpfen, Markus«, sagte Großvater dann und wann, als ob sie nicht alle kämpften, denn das taten sie wirklich. Endlich erreichten sie die Höhle. Sie war größer als die erste Höhle, die jetzt das Basislager 1 war, aber der eigentliche Höhleneingang war kleiner, ungefähr einen Meter hoch. Im Inneren der Höhle war es vollkommen dunkel, aber Großvater wälzte sich durch den Eingang hinein und stöhnte dabei lauter als während der ganzen letzten Stunde. Ihr und Mina taumelten hinterher und danach Moa und Markus und der Rucksack. Misha trottete jetzt als letzte am Schluss. Ihr Fell war völlig durchnässt. So erreichten sie die zweite Höhle am Dreihöhlenberg und waren drinnen. Erst jetzt schauten sie sich in der Höhle um. Es war so dunkel, dass sie fast nichts mehr sehen konnten. Und sie erwarteten ja auch nicht, irgendetwas zu sehen. Sie wussten ja, dass die Höhle leer war. Da waren sie sich ganz sicher. Doch irgendetwas war, etwas Komisches. Plötzlich spürten sie es. Großvater lag nur auf dem Rücken und keuchte, aber Markus schien etwas entdeckt zu haben und Mina meinte etwas zu hören, wie ein schwaches Piepen oder Jammern. Und dann ein leises Zischen. Aber Misha konnte es nicht sein. Sie saß noch vor der Höhle und blickte gebannt hinüber zu der Öffnung der dritten Höhle, die fünfzig Meter entfernt lag. Nein, es war etwas Komisches. Plötzlich zeigte Markus ins Innere der Höhle, sagte aber nichts, zeigte nur, und alle schauten. Da sahen sie im Dunkeln ein paar Augen, die ihnen entgegenleuchteten. Es war ein Augenpaar, das hellgelb glühte und sich nicht bewegte, sondern starr und unverwandt aus dem Dunkel der Höhle auf sie gerichtet war. Alle Kinder sahen es, und schließlich drehte auch Großvater den Kopf. Und da sah er es auch. Alle wussten mit einem Male, was es war, denn langsam gewöhnten sich ihre Augen an das Dunkel, und ebenso langsam erkannten sie die Umrisse eines Wolfs, eines großen Wolfs, in der Tiefe der Höhle an der hinteren Wand. Ein Wolf, der sie mit intensiv leuchtenden gelben Augen anstarrte. Ein Wolf. Sie waren in eine Wolfshöhle gekommen, und Markus zeigte noch immer, als hätte er noch etwas anderes entdeckt. Und da sahen auch sie das andere. Denn unmittelbar unter den leuchtend gelben Wolfsaugen sahen sie ein zweites Augenpaar. Nicht so groß, nein, viel kleiner, wie von einem kleineren Wolf, vielleicht einem sehr kleinen Wolf. Und auf einmal verstanden sie. Es war ein Wolfsjunges.